Georg Leber, auch Schorsch Leber, war ein deutscher Gewerkschaftsführer und Politiker. Er war Bundesverkehrsminister, Bundespostminister, Bundesverteidigungsminister und Bundestagsvizepräsident. Leben Nach dem Besuch der Volksschule in seinem Heimatort absolvierte Georg Leber eine kaufmännische Ausbildung und anschließend eine Maurerlehre. Im Zweiten Weltkrieg war er von 1939 bis 1945 Funker bei der Luftwaffe. Nach 1945 arbeitete er im Baugewerbe und trat 1947 der IG Bausteine Erden bei. 1949 wurde er hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär der IG Bausteine Erden in Limburg an der Lahn. Drei Jahre später Redakteur der Gewerkschaftszeitung der Grundstein. Im Juli 1952 wurde er in den Hauptvorstand dieser Baugewerkschaft berufen und war von 1955 bis 1957 zweiter Vorsitzender sowie schließlich von Oktober 1957 bis 1966 deren Bundesvorsitzender. Zudem war er Mitglied des Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des geschäftsführenden Vorstands des Internationalen Bundes der Bau- und Holzarbeiter sowie Präsident des Gemeinsamen Ausschusses der Gewerkschaften in der Bau- und Holzwirtschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Innerhalb des gewerkschaftlichen Spektrums war Leber Protagonist des rechten Flügels gegenüber dem linken Otto Brenner von der IG Metall. Seine Gewerkschaft verzichtete früh auf Sozialisierungsforderungen, begründete mit den Arbeitgebern ein System von Sozialkassen und entwickelte das Projekt zur Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Er war 1984 Schlichter im Arbeitskampf der Metallindustrie um die 35-Stunden-Woche. Der nach ihm benannte Kompromiss sah eine flexible Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf durchschnittlich 38,5 Stunden vor. Georg Leber trat 1951 in die SPD ein. Innerhalb der Partei gehörte er zum rechten Flügel, den sogenannten Kanalarbeitern. Georg Leber hat die Einstellung des später als Spion enttarnten Günther Guillaume gefördert, was nach der Guillaume-Affäre zum Rücktritt des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt führte. Leber war von 1957 bis 1983 Mitglied des Deutschen Bundestags, wo er zeitweise den Wahlkreis Frankfurt am Maini vertrat. Von 1961 bis 1966 war er Mitglied des SPD-Fraktionsvorstandes. Nach dem Tode von Hermann Schmidt-Vorkenhausen wurde Leber am 12. September 1979 als dessen Nachfolger zum Bundestagsvisepräsidenten gewählt. Er behielt dieses Amt bis zu seinem Ausscheiden aus dem Parlament 1983. Vom 27. Februar 1958 bis zum 25. Februar 1959 war er zugleich Mitglied des Europäischen Parlaments. Georg Leber übernahm am 1. Dezember 1966 im Kabinett Kiesinger das Amt des Bundesministers für Verkehr. In dieser Zeit entstand der umgangssprachlich nach ihm benannte Leber-Plan, der die Verlagerung des Transports von Massengütern von der Straße auf die Bahn vorsah. Dies traf auf zehn Widerstand von Abgeordneten der CDU, CSU und der FDP, sodass der Plan wegen der zahlreichen Ausnahmeregelungen faktisch nicht umgesetzt werden konnte. Durchsetzen konnte er sowohl eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Kilometer pro Stunde für Straßen außerhalb der Ortsgebiete als auch eine Begrenzung des zulässigen Blutalkoholgehaltes auf 0,8 Promille für Kraftfahrer. 1966 sagte Leber, kein Deutscher soll mehr als 20 Kilometer von einer Autobahn-Auffahrt entfernt leben. Im EWG-Ministerrat setzte er sich für eine Beschränkung der Lenkzeiten auf 50 Stunden und 9 Stunden am Tag ein. Gegen sein Vorhaben, den Lastwagenverkehr auf Autobahnen zu beschränken, regte sich ein weitreichender Widerstand. An Lastwagen wurde mit Plakaten gegen Leber und seine Verkehrspolitik Stimmung gemacht. Seine eigene Partei brachte daraufhin ProLeberaufkleber heraus. Das Amt als Bundesverkehrsminister behielt er auch nach Bildung der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt im Oktober 1969. Im Kabinett Brandt leitete er in Personalunion auch das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen. Am 7. Juli 1972 übergab er beide Ministerien an Laurits Lauritzen und wurde Nachfolger von Helmut Schmidt als Bundesminister der Verteidigung. Am 11. September 1972 stand Leber vor der schweren Entscheidung, ob er den Befehl geben sollte, ein unidentifiziertes Flugzeug abschießen zu lassen. Es flog auf das Münchner Olympiastadion zu, in dem gerade die Abschlussfeier der Olympischen Spiele stattfand, bei denen es nur Tage zuvor einen Anschlag auf israelische Sportler gegeben hatte. Leber handelte richtig, indem er abwartete. Es stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein von Terroristen entführtes Flugzeug, sondern ein mit über 100 Passagieren besetztes finnisches Verkehrsflugzeug handelte, dessen Bordelektronik ausgefallen war. Im Juli 1973 erteilte Leber nach vorheriger entsprechender Beschlussfassung des Verteidigungsausschusses den Befehl zur Aufstellung der Bundeswehrhochschulen in Hamburg und München, die ihren Lehrbetrieb im Oktober 1973 aufnahmen. Damit wurde erstmals ein wissenschaftliches Studium im Rahmen der Offiziersausbildung möglich und verpflichtend. Am 29. November 1973 gab er in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag die neue Wehrstruktur der Bundeswehr bekannt. Im Rahmen der Umstrukturierung wurde UAR, das Heer, um drei Brigaden vergrößert. In Lebers Amtszeit wurden 1975 erstmals Frauen zu Sanitätsoffizieren ernannt. Im Oktober 1976 versetzte er die beiden Luftwaffen Generäle Karl-Heinz Franke und Walter Krupinski in den Ruhestand, weil sie entgegen ausdrücklicher Anweisung den rechtsextremen Piloten Hans-Ulrich Rudel zu einem Traditions-Treffen eingeladen hatten und dies mit einem Vergleich der NS-Vergangenheit Rudels mit der KPD-Vergangenheit des Sozialdemokraten Herbert Wehner entschuldigt hatten. Ein Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, diese Entscheidung Lebers zu missbilligen, wurde am 3. Februar 1977 von der SPD-FDP-Mehrheit im Deutschen Bundestag mit 243 zu 220 Stimmen abgelehnt. Georg Leber trat gegen den Willen von Bundeskanzler Helmut Schmidt am 1. Februar 1978 zurück und übernahm damit die politische Verantwortung für den Lauschmittel-Einsatz des militärischen Abschirmdienstes, der ohne Lebers Wissen dessen Sekretärin Hildegard Holz ab Juni 1974 in ihrer Wohnung abgehört hatte, da sie der Spionage für das Ministerium für Staatssicherheit verdächtigt wurde. Dies stellte sich nachher jedoch als falsch heraus. Der Minister erfuhr Anfang 1978 von der illegalen Abhöraktion teilte dies aber dem Bundestag erst mit, nachdem am 25. Januar 1978 die illustrierte Quick einen entsprechenden Artikel veröffentlicht hatte. Georg Leber verschwieg außerdem die illegale Abhörung der Partei Kommunistischer Bund Westdeutschland, von der er nach eigenen Angaben erst im Nachhinein erfahren hatte, weil er sie für rechtmäßig gehalten habe. Erst eine von ihm angeordnete juristische Untersuchung ergab das Gegenteil. Lebers Nachfolger als Verteidigungsminister war Hans Appel. Leber galt als ein unter den Bundeswehrangehörigen sehr beliebter Verteidigungsminister und wurde von ihnen als Soldatenvater bezeichnet. Seine Amtszeit prägte ein starker Aufrüstungsschub der Bundeswehr, unter anderem wurde der Entausbau von 36 Brigaden des Feldheeres verwirklicht. So wie für die Infanterie das Panzerabwehr in Kraketensystem Milan in ausreichender Stippzahl eingeführt. 1965 war Leber an der Gründung der Bank für Sparanlagen und Vermögensbildung AG beteiligt. Von 1981 bis 1997 war Leber Vorsitzender des Vorstands des Internationalen Bundes eines Freien Trägers der Jugend, Sozial- und Bildungsarbeit. Leber war römisch-katholisch und gehörte von 1967 bis 1971 und von 1974 bis 1994 dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken an. Im Jahr 1943 heiratete Leber Erna Maria Wilfing. Aus dieser Ehe stammt sein Sohn Manfred. 1985 heiratete er Katja Woiter, er wohnte zuletzt in Schönau am Königssee im Berchtesgadener Land. Seine letzte Ruhestätte fand Georg Leber auf dem Bergfriedhof von Berchtesgaden. Auszeichnungen 1969 Ehrenbürger von Obertiefenbach 1969 Großes Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 1970 Ehrenbürger von Schwalbach am Taunus. 1973 Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 1975 Ehrenmitglied des Sängerkors Frosin Obertiefenbach. 1976 Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 1977 Wilhelm Leuschner Medaille. 1978 Großkreuz des Christusordens. 1980 Kommandeur der französischen Ehrenlegion. 1980 Ehrendoktor der Universität Tübingen. 1981 Kommturkreuz mit Stern des päpstlichen Gregorius Orden. 1983 Ludger Westrick Preis. 1984 Bayerischer Verdienstorden. 1985 Theodor Heuss Preis. 1987 Freiherr vom Stein Plakette. 1990 Hessischer Verdienstorden. Würdigung. Die Industriegewerkschaft Bauagrarumwelt hat am 17. Juni 2013 erstmals den Georg-Leber-Preis verliehen. Sie ehrt im Namen von Georg-Leber-Menschen, die in herausragender Weise Zivilcourage gezeigt haben. Als erste Person wurde Wolfgang Thierse ausgezeichnet. Die Gemeinde Beselich gibt nach einstimmigem Beschluss der Gemeindevertretung am 23. Februar 2015 nach Zustimmung des Kreisausschusses des Landkreises Limburg-Weilburg der Sporthalle Obertiefenbach am 12. Dezember 2015 den Namen Georg-Leber-Halle und würde ich damit die Verdienste des verstorbenen Ehrenbürgers ihrer Gemeinde. Das Seminar und Tageszentrum des Internationalen Bundes in Kelkheim trägt den Namen Georg-Leber-Haus. Veröffentlichungen. Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Dokumentation in vier Bänden. Europäische Verlagsanstalt Frankfurt am Main 1964. Programm zur Gesundung des deutschen Verkehrswesens. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Bonn 1967. Vom Frieden. Seewald Verlag. Stuttgart 1979. ISBN 3-512-005713. Zitate. 2. Enter. Veröffentlichung.